so hallo meine lieben wir sind wieder bei empires and puzzles bei unserer machenleiter bei unserer kleinen heldenkunde und zwar sehen wir uns heute einen vier sternen und einen fünf stern im vier sterne bereich möchten wir uns diesmal den heiler angucken und zwar den guten sturmfang ich gucke gerade mal wo er ist hier haben wir ihn ja es gibt inzwischen zwei kostüme für ihn zuerst einmal die klassische form in der klassischen form ist er kämpfer kämpfer nettes talent sie können wieder auferstehen das ist natürlich jetzt für einen heiler cool ja also kann man bei einem heiler brauchen er ist klassische familie wo die boni recht nett sind dafür halt viele helden halt schon out of date was macht er er ist ein heiler der in klassischer form also ohne kostüm alle verbündeten um 27 teilt das ist ehrlich gesagt zu wenig ja also da ist er wirklich bei im fünf und vier sterne bereich wahrscheinlich fast der schlechteste heiler denn wir haben bisher also geringste heilerstung bei mittlerer geschwindigkeit ja alle verbündeten halten plus 48 angriffe für züge das ist was das nett ist wenn ihr also dringend jemand braucht der den angriff pusht und habt jetzt nichts was großartig weit hoch pusht 48 prozent sind ganz gut also sind eigentlich ziemlich gut von einigen ausnahme helden abgesehen halt nachteil das kriegt ihr heute in dem sind nicht geschenkt sondern er kann weder euer team noch die gegner reinigen gibt es auf den gegnern gegenschlag er kriegt es nicht weg brennen alle eure helden er kriegt es nicht weg ja also man sollte sich bevor man ihn in dieser form hier mitnimmt die gegner sehr genau ansehen ich habe ihn noch also lange im titanen team gehabt als angriffs pusher und hat sich ganz gut bewährt das war aber dann auch ja eine der wenigen sachen wo ich ihn wirklich eingesetzt habe ist auch noch ja bei der element runden bei manchen events aber sonst sind brauche ich meistens heiler die entweder meine oder die gegner reinigen kostüm nummer eins ist das hier da hält er jetzt immerhin schon 37 prozent das ist jetzt schon mal sage ich mal für vier stern heiler mittelmäßig gut wir sind jetzt dann mönch klasse das heißt er kann negativen statuseffekten widerstehen hockey red nicht unbedingt alles ja also ausweichen oder wieder auferstehen finde ich besser bei einem heiler definitiv und hier gibt es dann noch plus 30 prozent angriff also weniger gleiches problem wie bisher reinigt keine gegner reinigt euch nicht dann haben wir kostüm nummer eins das ist für mich ehrlich gesagt ja die schlechteste variante von allen drei 288 verstärktes leben über vier züge generell habe ich nichts gegen verstärktes leben aber 288 ist einfach zu wenig ja das heißt wenn ihr halt schon die hälfte vom leben verloren habt kriegt 288 dazu der mittlerer geschwindigkeit kann man nicht einmal darauf setzen dass man sagt er kommt sofort dran also ziemlich häufig dran dass er das leben wirklich sinnvoll pusht äh ist in dieser form jetzt kleriker das heißt er kann negativen mana effekten widerstehen ist jetzt nicht schlecht für ein heiler wie gesagt hier haben wir plus 45 angriff und eine weitere 20 prozent erhöhung für jedes mal dass sie während vier zügen getroffen werden äh ist ganz okay der gleiche nachteil wie in allen in den zwei anderen versionen also in der puristischen form und mit kostüm eins kein reinigen wenn ich ihn mal mitnehme habe ich ihn meistens in dieser form aber im schnitt muss ich ehrlich gesagt sagen ähm eigentlich sind mir alle anderen vier sternen heiler lieber so ziemlich für titanen wie gesagt hatte ich ihn einige zeit als angriffspusher weil ich da keinen anderen hatte hat er inzwischen auch seinen platz verloren und fristet ein nischendasein und findet nur hin und wieder mal seinen einsatz ja wer ist ja äh held nummer zwei den wir uns ansehen wollten ist trickfunk von dem guten kerl gibt es bisher ein kostüm wir sehen uns einmal in puristischer form an so wie er damals auf den markt gekommen ist ist ja auch schon seit 2018 dabei also fünf jahre und ein bisschen out of range out of date äh bonus war verteidigungsbonus für mehrere helden äh schon zehn prozent wenn nur einer mit ist äh ist okay verteidigung schaden tut es jetzt nicht äh das erste was schon mal auffällt er ist schnell ein schneller mönch das heißt er kann negativen statuseffekten widerstehen ist bei damage dealern nicht unbedingt ein nachteil gibt schlechtere sachen äh der schaden ist äh dem ziel und benachbarten gegnern also allen drei gleich 270 prozent ist äh nicht die welt aber er gibt den gegnern auch minus 35 prozent genauigkeit allerdings nur für drei züge aber ist gut er wurde wie er rausgekommen ist lange sehr häufig verwendet und ich muss ehrlich gesagt sagen ich verwende ihn heute noch gerne besonders in angriffsteam gemeinsam zum beispiel mit einem äh gelben weiß ich nicht 3-2 team wo drei gelbe damage dealer sind wo du zum beispiel leonidas zum farbdeff senken hast äh nehme ich ihn gerne mit äh allerdings muss ich sagen ich verwende ihn meistens in dieser form nämlich mit kostüm 1 erstens weil er hier wieder auferstehen kann als kämpfer er macht etwas weniger prozent schaden hat dafür einen etwas höheren angriffswert ähm ja er bleibt mit dem schaden ein bisschen darunter vom schaden her hellen die drei treffen sind schon viele stärkere da ja also rein wegen dem schaden nimmt man ihn nicht mit sondern vor allem auch wegen seiner minus prozent auf die gegner von genauigkeit das heißt die gegner verfehlen dann und da hat man mit kostüm 1 immerhin schon 50 prozent also eine chance dass der gegner bei jedem zweiten angriff quasi nicht trifft wenn das ziel geheilt ist wird der effekt zurückgesetzt durchaus nett also hellt für titanen wird man ihn nicht nehmen im deftim ja vermutlich wird er die stärkere gelbe haben im angriff finde ich ihn nett weil da kann ich mir eben aussuchen welche gegner ich quasi auf die art blenden möchte dass sie halt eine hohe chance auf verfehlen haben und mit geschwindigkeit schnell ist das recht lässig natürlich gibt es einige neue stärkere hellen überhaupt keine frage aber für mich ist er einer der selbst nach fünf jahren jetzt das kostüm gibt es natürlich noch nicht so lange durchaus brauchbar ist und ich spiele ihn immer wieder mal gerne ja ihr seid in den top 100 ja werdet ihr ihn vielleicht nicht mehr so oft mitnehmen seid ein bisschen drunter ja finde ihn nützlich wie gesagt titanen nicht dev team naja angriffsteam gerne ja bei events habe ich ihn jetzt auch nicht so selten mit weil ich da auch meistens eher die klassischen die höheren schaden machen mitnehme ja soweit zu den heutigen zwei hellen des tages ähm ich wünsche euch viel spaß im spiel falls ihr einmal eine gilde sucht die zielstrebig ist ähm allerdings erwartet obwohl sie natürlich eine familiengilde im mittleren bereich ist trotzdem bei kriegen ihr seid dabei macht bitte auch die sechs angriffe titanen solltet ihr angreifen ist ja wird erwartet was nicht erwartet wird dass ihr unmenge geld rausschleudert um alles an neuen helden aufzukaufen dass es in einer riesigen flut auf uns hereinprasselt das erwarten wir nicht wenn ihr lust habt guckt einfach einmal rein könnt ihr es euch anschauen ich wünsche euch viel spaß gute boards und wir sehen uns vielleicht wenn ihr wollt bei der nächsten heldenkunde tschüss 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 tschüss